Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Guten Tag, hier ist Serdar Somuncu. Sonntag, es ist 16 Uhr und 6 Minuten und ich sitze hier wie immer ganz alleine und einsam schon fast im Studio und habe zwei Wochen, nee, noch nicht mal zwei Wochen, zwei Stunden vor mir, die ich mit euch zusammen verbringen möchte. Wahrscheinlich seid ihr jetzt auch gerade irgendwo alleine. Die Frage, ab wann man sich nicht nur alleine, sondern schon einsam fühlt, das ist heute das Thema, das ich gerne mit euch besprechen möchte. Die Einsamkeit, das, was manchmal schwer auf uns lastet, das, was wir oft fürchten und das, was trotzdem jeder von euch kennt. Einsamkeit, das ist ein Gefühl, was sicher jedem von euch schon mal begegnet ist und wie ihr das erlebt habt oder ob ihr es genauso erlebt wie ich, das besprechen wir heute in der blauen, sehr blauen Blue Hour. Der Blue Hour, der blauen Stunde am Sonntag, zwischen 16 und 18 Uhr, immer hier in Potsdam. Ich habe mal überlegt, ob ich euch nicht vorher was vorlese und es gibt ja wirklich sehr viel zu diesem Thema Einsamkeit, da gibt es Gedichte, da gibt es ganze Bücher, Romane drüber und vielleicht, vielleicht werde ich das im Laufe der Sendung machen, mal schauen, ob mir was zu diesem Thema einfällt. Bevor wir über das Thema sprechen, aber vielleicht noch ein kleiner Rück- und Vorausblick auf die Wochen, die vergangen sind und auf die Wochen, die uns jetzt bevorstehen, das ist ja auch immer Teil der blauen Stunde und da gibt es vieles, wie immer, was gar nicht so gut ist, manches, was okay ist, manches, was erfreulich ist und ja, man hat das Gefühl, die Zeit steht im Moment so ein bisschen still. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass insbesondere hier in Deutschland nach der Bundestagswahl in den letzten mehr als drei Monaten sich eigentlich nicht viel bewegt hat. Man kommt so Schritt für Schritt vorwärts. Die SPD hat mit Mühe und Not die Abstimmung der Partei überstanden zur Frage, ob sie Koalitionsverhandlungen beitreten soll, aber es gibt ja auch noch das Votum der Parteibasis, also der Parteimitglieder und wenn das schief geht, dann würden uns Neuwahlen bevorstehen. Und obwohl viele davor warnen, finde ich das gar nicht so schlimm, wenn eben nach einer Wahl, die so ausgegangen ist wie die Wahl im September, keine Mehrheiten gefunden werden können, dann sieht das Gesetz vor, dass alle nochmal zur Urne müssen. Und die Befürchtungen, die viele haben, dass dann die ein oder andere Partei stärker oder schwächer werden könnte, die teile ich ehrlich gesagt nicht. Diese Befürchtungen gibt es ja immer, auch nach dem Ende jeder Legislaturperiode kann das sein und da müssen sich die Parteien an dem messen lassen, was sie auch, insbesondere nach diesen drei Monaten nach der Wahl, an Lösungsvorschlägen zustande gebracht haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man dem Souverän, dem Wähler in diesem Fall einfach wieder die Macht in die Hand geben. Mal schauen, ob es Neuwahlen geben wird. Ich bin da ehrlich gesagt sehr gespannt. Was international passiert, das verfolgt ihr hoffentlich genauso wie ich, ist auch sehr vielschichtig. Manches ist da sehr unerfreulich, anderes so wie immer und nur weniges erfreulich. Dass die große Bühne der Weltpolitik wird im Moment bevölkert von vielen illustren Gestalten. Ob es immer noch der US-Präsident Donald Trump ist oder andere wie Wladimir Putin, Angela Merkel oder der türkische Ministerpräsident Erdogan. Alle spielen sie ihr Spiel und versuchen eben Mehrheiten zu finden für die Ideen, die sie haben. Aber manches ist für uns einfache Leute nicht immer so durchschaubar. Und warum wir jetzt gerade in dieser Phase wieder eine Spanne der, ja eine Phase der Entspannung haben, wo es im letzten Jahr doch so aussah, als würde sich alles verschärfen. Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea oder viele andere Dinge, die auch im Nahen Osten passieren. Das bleibt schwer erklärbar. Der Konflikt, den die Türken gerade haben mit der kurdischen Minderheit im Nordirak, beziehungsweise in Syrien, der ist auch wahrscheinlich erklärbar von unterschiedlichen Perspektiven aus. Und ich hatte ja zu diesem Thema vor einigen Tagen die türkische Politikerin, die kurdische Politikerin Sevim Dadelen bei mir im Studio. Auch das sind eben Dinge, die irgendwie irgendwo passieren, so ist es ja oft. Und wir kriegen davon über die Medien mit und bilden uns dann eine Sekundärmeinung, wie es dann wirklich ist. Das kann man eigentlich immer nur beurteilen, wenn man wirklich vor Ort war und sich das anschaut, was da passiert. Das ist der kurze Einblick heute in die Politik, das Geschehen der Politik. Belassen wir es dabei, denn sonst wird das redundant, sonst wiederhole ich mich. Denn eigentlich ist das, was man dazu zu sagen hat, ja immer gleich. Man kann es eben wirklich nur mit einer nüchternen Distanz betrachten und versuchen, sich aus der Menge an Informationen, die einem zur Verfügung stehen, ein Urteil zu bilden. Dieses Urteil bleibt immer subjektiv, so wie eben auch in meinem Fall. Andere Dinge, die eher den Boulevard betreffen, die besprechen wir ja hier auch immer, wie zum Beispiel das Dschungelcamp oder andere Dinge, die im Fernsehen passieren. Wir hatten ja eine tolle Sendung mit Oliver Kalkofe vor Jahresende. Andere Dinge, also der Boulevard, finden hier auch immer wieder statt. Ich habe jetzt längere Zeit mal mich wieder auf das Privatfernsehen konzentriert, insbesondere auf Formate wie Get the Fuck Out of My House. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist so eine Art Massen-Big Brother. Da werden nicht mehr zehn oder zwölf oder ich weiß gar nicht, wie viel es bei Big Brother im Original sind, Menschen, halbprominente, Prominente in ein Haus eingeschlossen, also kaserniert, inhaftiert. Sondern es sind gleich hundert Menschen auf einer sehr begrenzten Quadratmeterzahl in einem Haus. Und was da passiert, ist ja aberwitzig, manchmal erschreckend und in der Regel eigentlich nur beschämend für denjenigen, der sich das so wie ich aus professionellen Gründen anguckt. Vielleicht bin ich wirklich ab und zu einsam und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass ich dann so viel Zeit habe, mir diese Sendung anzugucken. Ich glaube, ich sollte meine Sehgewohnheiten ändern und mehr Kulturzeit auf Dreisat gucken. Ja, das ist der Tipp am Anfang der heutigen Sendung, bevor wir dann gleich in unser Thema einsteigen. Einsamkeit, heute in der Blauen Stunde um 16 Uhr. Der erste Titel kommt von Sun, das ist eine Band, so aus den 70er, 80ern, eine Soul-Funk-Band. Und ja, wir haben, glaube ich, einige Platten gemacht, nicht viele und sind auch relativ unbekannt geblieben. Aber ich mag's, ich mag die Musik und deswegen spiele ich hier Tell the People. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu Wenn mit den Menschen und dem Glück entzweit ich einsam wein, ob meines Schicksals tücke, dass laut mein Schmerz zum tauben Himmel schreit, ich blick auf mich und fluche dem Geschicke. Dann wünsch ich mich gleich jenem Reich an Gut, wie dieser Schön, an Freunden reich wie der, verlang des einen Kunst, des anderen Mut, was sonst mein Bestes, freut mich dann nicht mehr. So kann im trüben Sinn ich selbst mich schmähen, doch, denk ich dein, schwingt sich mein Geist empor, der Lerche gleich, die zu des Himmels Höhen vom Boden steigt und sinkt am Himmelstor. Denn deine Lieb gibt mir so süße Freuden, selbst Könige scheinen mir, sollten mich beneiden. Das ist das Sonett 29 von William Shakespeare und damit sind wir schon bei unserem heutigen Thema der Einsamkeit in der Blauen Stunde und einer Form von Einsamkeit, nämlich dem Liebeskummer, dem Verlassenwerden und dem Einsam zurückbleiben. Das haben wir doch alle schon mal gehabt, oder? Und es ist doch wirklich ein ganz schreckliches Gefühl, so als würde man zerrissen sein und die zweite Hälfte würde fehlen, abhandengekommen sein, irgendwo verschwunden und man weiß gar nicht, wie man sich wieder zusammensetzen kann. Liebeskummer, eine sehr spürbare Form der Einsamkeit, die jeder und jede von euch schon mal kennengelernt hat. Ich habe in meinem Leben, wie oft habe ich schon Liebeskummer gehabt, müsste ich jetzt mal überlegen, zweimal, dreimal. Und das ist wirklich wie eine Krankheit, ja. Man fühlt sich krank, man ist depressiv, kann sich kaum noch bewegen, hängt rum oder liegt rum und denkt, es gebe kein Morgen mehr. Man denkt eigentlich nur noch an den anderen, der einen verlassen hat. Und so wie es Shakespeare beschreibt, man ist sich selbst nicht mehr genug. Man ist sich selbst nicht mehr wert. Und man denkt tatsächlich, man wäre nur die Hälfte von dem, was man eigentlich ist. Glücklicherweise geht das vorbei. Das wisst ihr ja genauso gut wie ich, wenn ihr dieses Gefühl kennt. Und irgendwann kommt es dann doch wieder, dieses sich vollständig fühlen und nicht einsam sein. Aber was genau passiert dann, wenn man einsam ist? Das frage ich mich oft. Ich weiß nicht, ob ihr das erklären könnt. Ich kann es mir nicht immer erklären. Was genau, wie gesagt, passiert an der Schwelle vom Alleinsein zum sich einsam fühlen? Was verliert man dabei? Oder was kann man sich selbst nicht geben? Denn das Alleinsein selbst ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes. Es kann sehr schön und sehr erfüllend sein, alleine zu sein. Ob man jetzt alleine spazieren geht oder ob man sogar alleine essen geht und sich einen schönen Abend macht und sich dabei mit sich selbst beschäftigt. Das spielt dabei gar keine Rolle. Das Alleinsein kann ein sehr erfüllender Zustand sein. Erst wenn einem etwas fehlt, so wie eben hier in diesem schönen Sonett beschrieben. Erst wenn einem etwas fehlt, erst wenn das Gegenüber nicht da ist, dann wird dieses schöne Alleinsein zu einem belastenden Einsam sein. Und dann wird es zu einem Schmerz, den man kaum aushalten kann. Es gibt da viele Varianten. Liebeskummer ist sicher nur eine Variante. Es gibt die Einsamkeit im Alter. Es gibt viele unterschiedliche Formen auch der Einsamkeit im Spezifischen. Also auch Menschen, die alt sind, können sich manchmal vielleicht einsam fühlen in der Gegenwart von anderen. Man kann sich, glaube ich, übrigens sowieso einsam fühlen in der Gegenwart von anderen. Was bestimmt eine besonders schlimme Form von Einsamkeit ist. Diese Einsamkeit, die wird ja auch in vielen Liedern besprochen und die findet sich ja auch in vielen Kunstwerken wieder. Und deswegen finde ich, es ist ein interessantes Thema, zu dem ihr mir übrigens auch wie immer schreiben könnt, wenn ihr Interesse daran habt. An die Blaue Stunde auf der Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam. Ja, was macht man so, wenn man alleine ist? Wie kann man da rauskommen aus so einer Mühle? Das können wir vielleicht schon dem Schluss der heutigen Blauen Stunde vorwegnehmen. Ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und vielleicht finden wir ja die ein oder andere Lösung, die wir dann in den nächsten Wochen, Monaten immer dann anwenden können, wenn uns diese Einsamkeit überfällt. Es gibt auch besondere Anlässe, zu denen Menschen sich einsam fühlen, besonders einsam fühlen. Jetzt gerade vor ein paar Wochen war ja Weihnachten und Weihnachten ist, glaube ich, eines der Feste, bei dem sich viele Menschen einsam fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aktion hier mitbekommen habt. Es gab doch, ich weiß gar nicht, ob die Aktion echt war oder ob sie einfach nur vervielfältigt wurde, so als virale Mitleid-Story. Da hat doch ein Rentner, glaube ich, in einem Supermarkt einen Zettel aufgehangen. Das war sogar hier in Berlin. Ob es jemanden geben würde, der mit ihm Weihnachten zusammen feiern will. Er fühle sich so einsam. Und dann kamen ganz viele Zuschriften und am Ende hat er jemanden gefunden, der mit ihm Weihnachten feiert. Die BILD und die BZ in Berlin haben das groß gefeiert oder groß, wie nennt man das, begleitet, darüber berichtet. Und vielleicht war es aber auch ehrlich gesagt so wie Weihnachten ja oft auch nur eine Geschichte, um dieses Weihnachtsgefühl, dieses Barmherzigkeitsgefühl, was zu Weihnachten ja immer wieder aufkommt, so ein bisschen am Leben zu halten oder zu vermarkten, was auch immer. Ja. Fühlen sich eigentlich Tiere einsam, habe ich mal überlegt. Kann sich eine Katze einsam fühlen oder können sich Tiere generell einsam fühlen? Und ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt auch Tiere, die sich einsam fühlen. Hunde, die ihre Härchen verloren haben und darunter sehr leiden. Oder in Herden, in denen vielleicht ein Tier ausgestoßen wird und dann alleine durch die Prärie laufen muss, kann man, glaube ich, dieses Phänomen auch durchaus beobachten. Scheint also ein elementares Gefühl zu sein, was nicht nur uns Menschen zu eigen ist, sondern auch anderen Lebewesen. Und die Frage ist, ob wir, für mich jedenfalls, die Frage ist, ob wir dafür gemacht sind, mit anderen zusammen zu sein, ob wir Herdenwesen sind, ob wir es brauchen, dass andere um uns herum sind. Oder ob wir eher Einzelgänger sind und uns nur dann zusammenschließen mit anderen, wenn es irgendeinen Sinn hat. Also Vermehrung oder Arterhalt, ja. Ist eine ganz interessante Frage eigentlich. Ich glaube, wir Menschen sind Mischwesen. Ich glaube, bei uns ist es sowohl als auch. Und gerade wir Menschen der Moderne sind sogar Wesen, die eher alleine einsam sind als zusammen mit anderen. Nicht umsonst leben wir ja in einer Zeit der Beziehungslosigkeit, würde ich es mal nennen. In einer Zeit, in der Beziehungen nicht so wie noch vor 30, 40, 50, 100, 200 Jahren selbstverständlich waren. In einer Zeit, in der man sich aussuchen kann, mit wem man wann wie zusammen sein will. Das ist auch ein Thema, das können wir heute auch anschneiden, wenn wir die Zeit dazu finden. Partner und Beziehungsagenturen. Agenturen, die dafür gemacht sind, Menschen die Einsamkeit zu nehmen und ihnen Partner zu vermitteln, damit sie eben nicht mehr sich einsam oder alleine fühlen. Früher war das anders, wie gesagt. Früher, im wievielten Jahrhundert auch immer, da gab es das wahrscheinlich nicht. Da hat auch ein Großteil des Lebens nicht in der virtuellen Realität stattgefunden, so wie es ja heute schon fast ist, sondern auf den Straßen. Und man war zwangsläufig mit anderen zusammen, sei es, weil man keinen Platz hatte, um alleine zu sein und in einer engen Hütte gewohnt hat mit 10 oder 15 anderen Leuten. Oder sei es aber auch, weil man permanent draußen war oder draußen sein musste und da sozialen Kontakt zu anderen hatte. In manchen Ländern ist das immer noch so. In südlichen Ländern zum Beispiel, da trifft man sich oft auf der Straße und unterhält sich miteinander. Und auch das trägt dazu bei, glaube ich, dass es so eine Art soziales Auffangsystem gibt, das einen vor Einsamkeit schützt. Weil man eben weiß, draußen auf der Straße sind Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, wenn ich mich einsam fühle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade hier in den nordischen Ländern etwas einsamer sind. Und dass wir selten auf die Straße gehen, wenn es danach ist, uns mit jemandem zu unterhalten. Wir können viele Dinge tun, ohne dass wir uns unterhalten müssen. Ganze Tage vergehen eigentlich, wenn man alleine ist oder wenn man sich sogar einsam fühlt, ohne dass man mit anderen sprechen muss. Man kann aufstehen, man kann frühstücken, man kann eine Zeitung kaufen, ohne zu sprechen. Man kann dann wieder nach Hause gehen und vielleicht sogar einkaufen gehen in einem Supermarkt. Alles ist darauf ausgerichtet, dass wir möglichst wenig miteinander kommunizieren müssen. Und wenn wir kommunizieren müssen, dann überfordert es uns oft. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen, dass andere Menschen anders sind. Und vielleicht sogar in unserem Blickfeld uns manchmal stören, weil wir nicht mehr bestimmen können, so wie wir bestimmen können, wenn wir alleine sind. Einer, der auch alleine war und der auch gestorben ist, weil er sich sehr einsam gefühlt hat und Zeit seines Lebens auch immer sehr einsam war, ist George Michael. George Michael, da habe ich jetzt eine Dokumentation gesehen auf Arte, ist ja vor mehr als einem Jahr gestorben. Ist für mich einer der großen Künstler der 80er und 90er Jahre gewesen. Ein bisschen verkannt fast schon zu Lebzeiten, aber doch auf Augenhöhe mit den großen Popstars Michael Jackson, Prince, Madonna. Und eines seiner Alben, was mir am besten gefallen hat, ist Listen Without Prejudice. Und davon kommt der erste Titel, Praying for Time. Hier George Michael in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, mit mir in der Blauen Stunde seid ihr zusammen heute und wir reden über Einsamkeit. Einsamkeit in seinen Facetten haben wir jetzt ein bisschen überschauen können. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Facetten von Einsamkeit. Aber eben waren wir gelandet bei der Einsamkeit heutiger Tage, die dadurch entsteht, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ohne anderen Menschen wirklich zu begegnen, uns mit ihnen zu treffen, zu unterhalten und zu kommunizieren. Das Internet ist ja eine Erfindung, die uns seit 20 Jahren, sagen wir es mal böse, in die Isolation treibt. Immer mehr passiert im Internet, immer mehr Teile unseres Lebens verlagern sich ins Internet. Und je mehr das ist, und das sage ich bewusst kritisch, desto mehr vereinsamen wir und isolieren uns. Isolation, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was mit Einsamkeit zu tun hat. Wo wir früher einkaufen gegangen sind, wenn wir etwas brauchten, klicken wir heute einfach mit der Maus auf Bestellen. Und schon am nächsten Tag kommt das, was wir im Internet bestellt haben, bei uns zu Hause an. Wir brauchen also nicht mehr rauszugehen, uns um etwas zu bemühen, sondern es ist ganz einfach. Es ist zubereitet für uns und mit ihrer Geschwindigkeit bekommen wir das, was wir da in wenigen Sekunden bestellt haben. Ob das gut ist oder schlecht, das, ja, wie gesagt, könnt ihr selbst beurteilen. Es hat sicher seine Vorteile. Es ist sicher auch nicht nur zu verteufeln, die Technik des Internets und die Möglichkeiten, die wir haben. Aber es hat eben auch seine Nachteile. Und ein großer Nachteil ist, dass wir, ja, vereinsam verkümmern, innerlich verkümmern, die Verbindung zur Außenwelt verlieren. So wie auch unsere Gedankenwelt sich ja mittlerweile oft mit Dingen abspielt, die vielleicht gar nicht real sind. Die wir in diesem Kreis, in dem wir uns immer wieder bewegen, im Internet, in der virtuellen Welt, in den imaginären Sphären, in denen wir uns aufhalten, aufgebauscht werden. Und dann irgendwann zu halbrealen Themen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich genieße immer die Auszeit davon. Immer wenn ich es schaffe, mal so eine lange Zeit nicht im Internet zu sein, dann kommen auch wieder elementare Dinge wieder, die ich nicht mehr gespürt habe zu Zeiten, in denen ich mich permanent im Internet aufgehalten habe. Regen zu spüren zum Beispiel, rauszugehen und das Problem zu haben, dass ich nicht weiß, ob es kalt oder warm ist und entscheiden zu müssen, ob ich eine Jacke trage oder nur ein T-Shirt. Oder eben die Konflikte, von denen ich eben gesprochen habe. An der Kasse zu stehen, zu warten und jemand drängelt sich vor und sich durchsetzen zu müssen. Überhaupt mit anderen Menschen irgendetwas austragen zu müssen, um sich vielleicht dadurch auch selbst spüren zu können. All das sind, glaube ich, kleine Aspekte, die dazu beitragen, dass man sich am Ende weniger einsam fühlt, als wenn einem alles häppchenweise und mundgerecht zubereitet gegeben wird. So ist es ja, das ist ja die Maxime, das ist ja die Philosophie unserer Zeit heute, alles schneller, einfacher und zu jeder Zeit haben zu wollen. In Beziehungen ist das ähnlich. Mittlerweile sind die Ansprüche, die man an Beziehungen stellt, so hoch, dass man Raster entwickelt und Suchsysteme, um genau den Partner zu finden, den man für richtig hält. Aber oft ist der Partner, den man für richtig hält, weil er alle Aspekte, die man von ihm erwartet, erfüllt, nicht wirklich der Richtige. Sondern manchmal ist auch der Partner oder die Partnerin, der oder die Richtige, der nicht das erfüllt. Vielleicht bedarf es, um eine gute Beziehung zu führen, einer gewissen Annäherung. Bedarf es mehrerer Kompromisse, die man im Laufe der Beziehung eingehen muss. Oder eine Auseinandersetzung, die man im Rahmen der Beziehung zu führen hat. Vielleicht ist eine Beziehung kein Wunschkonzert, eben ein Raster, ein Muster, das man anfertigen muss, nachdem man sich richten kann und an das man sich zu halten hat, damit man am Ende glücklich ist. Sondern vielleicht entsteht erst durch das Unglück, das man im ersten Augenblick verwechselt mit etwas, was belastend sein muss, etwas, was wahres Glück ist. Ich glaube auch, dass Glück nur dann entstehen kann, wenn man das Unglück kennt. Ich glaube, dass Zufriedenheit nur dann entstehen kann, wenn man zuvor auch Unzufriedenheit gespürt hat. Insofern sind die Facetten einer realen Beziehung sicher ganz anders als die Facetten einer virtuellen Beziehung. Auch da hat die moderne Technik ihre Vorteile. Ich möchte gar nicht sagen, dass es schlecht ist, dass es heute Partnerschaftsagenturen gibt und Leute die Möglichkeit haben, sich im Internet kennenzulernen. Aber doch, vielleicht bin ich da ein bisschen zu oldschool, finde ich es immer noch verwerflich und sehr oberflächlich, auf Tinder Menschen zu matchen oder nicht zu matchen, wegzudrücken oder mich mit irgendjemandem in der virtuellen Welt über Oberflächlichkeit zu unterhalten. Statt ihn sehen zu können, statt ihn riechen zu können und spüren zu können und dann erst zu entscheiden, ob ich mich auf einen Prozess des Kennenlernens einlassen will, bis ich am Ende vielleicht etwas spüre wie Verliebtheit, Zuneigung, Anziehung und aus dem etwas entsteht wie Liebe. Ich weiß nicht, ob es darüber Statistiken gibt. Es gibt bestimmt Statistiken darüber, wie viele Beziehungen, die aus Partnerschaftsagenturen entstanden sind, letztendlich glücklich enden. Meine Maxime ist immer, so wie Dinge entstehen, so enden sie meistens auch. Und wenn eine Beziehung unmittelbar entsteht, glaube ich, endet sie auch oft sehr unmittelbar. Ja, vielleicht ist das eine zu simple Philosophie, aber bisher hat sich das in meinem Leben immer bestätigt, dass es so ist. Weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt mir, wie gesagt, schreiben an die Blaue Stunde, Marlene Dietrich Allee, 20 in 14482 Potsdam. Einsamkeit, das ist heute das Thema, über das ich spreche. Einsamkeit in seinen Facetten. Und nach der nächsten Musik, glaube ich, das ist schon wieder ein Liebeslied. In den meisten Liebesliedern geht es entweder um Liebeskummer, um Verliebtsein oder um Einsamkeit. Da können wir mal ein bisschen über die Einsamkeit im Alter sprechen und über die Gedanken, die man so als Mensch in meinem Alter über das Alter hat. Ihr wisst ja, ich bin jetzt 49, werde dieses Jahr 50 und da gibt es so ein paar Sachen, die auch mit Einsamkeit viel zu tun haben. Die Frage zum Beispiel, ob man sich weniger einsam fühlen würde, wenn man Kinder hätte. Ich habe keine Kinder und ich weiß, dass Freunde, die Kinder haben, oft sagen, ja, man fühlt sich weniger einsam. Man fühlt sich eingebettet in einen Zyklus. Man erfüllt das, was die Natur von einem erwartet hat. Man hat für Nachkommen gesorgt. Deswegen hat man gleichzeitig auch nicht so eine Angst vor dem Tod, als wenn man alleine wäre. Weil man weiß ja nicht, wenn man 70, 75, 80 ist, ob dann irgendwelche Kinder, Nachfahren, Verwandte mit einem am Weihnachtstisch sitzen und sagen, Opi oder Papa, schön, dass es dich gibt. Vielleicht ist meine Vorstellung dazu düster, aber das ist jedenfalls ein ganz interessantes Thema, über das ich mit euch gleich nach der nächsten Musik weiterspreche. Mike Singer ist ein Shootingstar und Mike Singer ist sehr erfolgreich. Gerade in den Charts in Deutschland gibt es zwei, die sehr erfolgreich sind. Mike Singer ist einer davon, der andere habe ich vergessen. ist ein bisschen so wie Justin Bieber, der deutsche Justin Bieber. Und von ihm gibt es ein Album, das ich sehr gut finde und von diesem Album gibt es einen Titel, den ich auch sehr gut finde und den spiele ich jetzt. Egal, hier Mike Singer in der Blauen Stunde, der einsamen Blauen Stunde. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu Mike Singer war das mit Egal. Mike Singer übrigens war der, den ich eben meinte, als ich gesagt habe, mir ist nicht eingefallen, wie er heißt. Der andere war Vincent Weiß. Vincent Weiß ist sozusagen der zweite Justin Bieber, den es zur Zeit in Deutschland gibt. Bei Mike Singer ist der Hype allerdings noch ein bisschen größer. Ich habe gerade gehört, dass er bei einer Autogrammstunde in Wuppertal abbrechen musste, weil Leute sich verletzt haben. Es gibt also einen großen Hype um Mike Singer. Ich finde die Musik gar nicht schlecht und der Typ selbst, ich habe mich jetzt daran erinnert, ist auch total nett. Sehr jung, sehr, sehr jung. Ich habe ihn nämlich mal kennengelernt, als ich in einer TV-Show war bei Pierre M. Krause, der SWR Late Night Show. Und da hat er ganz am Anfang seiner Karriere seinen Hit Karma vorgestellt. Ja, sehr, sehr, sehr sympathischer junger Mann. In der Blauen Stunde waren wir beim Thema Einsamkeit und ich wollte mit euch über die Einsamkeit im Alter sprechen. Über die Gedanken, die ich mir mache, darüber, wie mein Alter wohl vergeht. Und ich habe ja schon vor der Musik gesagt, ich habe keine Kinder und deswegen keine Altersversicherung, wie man so schön sagt. Ich erinnere mich auch immer daran, wie meine Eltern mir das eingeimpft haben. Nämlich diesen Gedanken, ja, wenn ich dann mal alt bin, dann kannst du dich ja um mich kümmern. Wollt ihr das? Also ist das eine positive Vorstellung, dass man alt ist und andere sich um einen kümmern müssen? Ist das nicht ein bisschen, ja, eigennützig gedacht, nur Kinder zu machen, damit man im Alter nicht alleine ist? Und wie ist die Realität? Im Alter sind die Kinder meistens nicht da und kümmern sich um einen, sondern in der Regel schieben sie einen sogar ab in ein Altersheim, weil sie sagen, nö, kein Bock, den Alten oder die Alte zu pflegen. Großes Problem. Weiß nicht, wie da die Statistiken sind, aber ich kenne es aus meiner eigenen Umgebung, dass irgendwann, wenn Menschen pflegebedürftig sind, ja, selbst ihre eigenen Familienangehörigen keine Lust mehr dazu haben, weil sie ihr Leben weiterführen möchten oder weil es ihnen zu zeitaufwendig ist und dann ihre Eltern diese pflegebedürftigen Personen abgeben an Heime. Wenn sie es überhaupt können, denn das ist sehr teuer, dass Pflege, auch wenn es so etwas wie Pflegeversicherung gibt, ist in Deutschland ein Luxusgut. Ich habe mal gehört, das kostet wirklich viele tausend Euro im Monat, jemanden pflegen zu lassen. Es gibt ja unterschiedliche Pflegestufen auch und wenn einer wirklich akut und dauerhaft pflegebedürftig ist, ist es eine Frage des Budgets, ob man diese Aufgabe abgeben kann oder ob man eben selbst sich und sein eigenes Leben dafür einschränkt. Schrecklich eigentlich, oder? Also wenn man sich vorstellt, dass das auf einen wartet, nicht jeder. Es gibt ja Menschen, die im Alter noch sehr agil sind, aber es gibt eben auch viele, viele Menschen, die im Alter nicht mehr so beweglich und flexibel sind. Wenn man sich das vorstellt, dann wird einem Angst und Bange vor dem Alter. Und Einsamkeit spielt dabei eine große Rolle. Einsamkeit. Dass man eben dann am Ende seines Lebens nicht eingebettet ist in eine große Gemeinschaft von Familie und Umgebung, vom sozialen Netzwerk, von Nachbarn, von Freunden, sondern dass man einsam und alleine stirbt in einem Zimmer, in einem Altersheim und einfach nur noch wartet, bis es vorbei ist. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich hoffe, dass das niemandem passiert, aber es passiert und zwar jeden Tag und überall. Die Mechanismen, die man aufbauen könnte, das ist eine Frage, die kann man natürlich sich auch stellen, um so etwas abzufedern. Gesellschaftlich, politische Mechanismen, die gibt es in anderen Ländern. Nicht nur eben auch in Deutschland, wo, wie ich finde, es schon sehr viel gibt und die Pflege von pflegebedürftigen Menschen recht gut, aber immer noch sehr, sehr schlecht organisiert ist. Im Gegensatz dazu gibt es in anderen Ländern richtig gute Systeme. Mal wieder in Skandinavien oder auch in anderen Ländern in Europa wie in Holland zum Beispiel. Und gerade das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt, über den man, wenn man in dem Alter ist, wie ich gerade kaum nachdenkt, wie man den Menschen, die alt sind, die ja einen Teil unseres Lebens ermöglicht haben, auf dessen Basis wir ja auch gerade existieren und unseren Wohlstand genießen, wie man diese Menschen weiter einbetten kann und ihnen auch im Alter ein lebenswertes Leben bieten und ermöglichen kann. Das nur abzuschieben auf die Politik ist mir zu einfach, weil ich finde, die Politik ist immer nur die Spitze der Verantwortung. Darunter liegend sind wir es. Es ist die Gesellschaft, die sich auch darüber Gedanken machen muss und sich darum bemühen muss. Aber es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess letztendlich, bei dem es darum geht, wie wir diese unterschiedlichen Schichten, diese Altersschichten unserer Gesellschaft miteinander in Verbindung bleiben lassen können und wie wir weder den einen oder den anderen dabei noch vernachlässigen. Ja, das gibt es und das ist gut. Das ist ein Lichtblick in diesem doch manchmal etwas düster anmutenden Thema. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit des Einzelnen gibt es, und das hatte ich ja eben schon gesagt, ganz zu Anfang der Blauen Stunde, die Einsamkeit des Einzelnen gibt es aber auch in Gegenwart des Anderen. Also eine Einsamkeit, die man innerhalb einer Beziehung spüren kann. Eine Wortlosigkeit, eine Kommunikationslosigkeit, den Abbruch einer Verbindung zu jemandem. Auch das ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich erinnere mich bei mir jetzt nicht genau dran. Irgendwann in düsterer Vergangenheit habe ich das zwar sehr kindlich, aber auch erlebt, dass es Punkte gibt, an denen es mit einem anderen Menschen nicht mehr weitergehen kann. Und man komplett überreizt ist von diesem Menschen und sich deswegen abschottet und auch nichts mehr zulässt und auch nichts mehr nach außen gibt. Auch ein schreckliches Gefühl eigentlich und auch ein menschenunwürdiges Gefühl, bei dem man sich oft fragt, warum kann man das nicht überwinden, wo wir doch in der Lage dazu sind, miteinander zu kommunizieren, uns auszutauschen, uns zu einigen Kompromisse einzugehen und vielleicht sogar Konflikte manchmal zu vermeiden, wenn sie unüberbrückbar sind. Die Einsamkeit. Auch innerhalb einer Beziehung gibt es Momente, in denen man sich extrem einsam fühlen kann. Ein Haustier zu haben hilft manchen Leuten. Das ist mir auch schon aufgefallen, so klug wie ich bin, Mr. Naseweiß. Viele ältere Menschen zum Beispiel, die haben dann einen Hund oder eine Katze. Und manchmal finde ich sogar die Kommunikation mit einem Haustier viel besser als die, die man mit einem Menschen haben kann. Es gibt jedenfalls selten Missverständnisse, weil Tiere nicht lügen zum Beispiel oder sich nicht verstellen oder oft da sind, wenn man sie braucht und selten weggehen, wenn man angewiesen ist auf sie. Bei Hunden ist das manchmal sogar zu viel. Hunde sind anhänglich. Hunde müssen gepflegt werden. Mit denen muss man drei, viermal am Tag raus. Ein Hund ist eigentlich nichts anderes als ein behindertes vierjähriges Kind, was auf diesem Stand bleibt sein Leben lang. Nein, das war ein Witz. Entschuldigung. Aber es entwickelt sich nicht viel. Der Hund bleibt auf seinem Level und damit hat es sich. Eine Katze ist ja wenigstens noch ein bisschen selbstständig. Er geht hin und wieder raus, wenn es keine Wohnungskatze ist und jagt Mäuse und kommt nur dann zurück, wenn sie will. Und lässt sich auch nur streicheln, wenn sie möchte und schnurrt. Ein Hund ist zwar ein teurer, ein teurer auch, aber ein treuer Begleiter vor allem. Aber er ist eben auch tatsächlich ein abhängiger Begleiter, den man sich vielleicht bewusst nimmt, um damit etwas haben zu können wie Angewiesenheit und das Gefühl, dass es ein Wesen gibt, das mich braucht. Wie ihr das findet, weiß ich nicht. Ich finde es manchmal extrem belastend. Ich finde, Hunde sind klammernde Tiere. Ein Hund klammert. Ist doch so, oder? Oder nicht? Vielleicht seid ihr große Hunde-Fans. Es gibt natürlich auch viele Vorteile, die ein Hund hat. Ich habe Freunde, die jeden Morgen mit ihrem Hund spazieren gehen und mir davon berichten, wie toll das sei, mit dem Hund immer rausgehen zu können. Bei Wind und Wetter. Schreibt mir das an die Marlene-Diedrich-Allee-2014482, was ihr davon haltet, hier in der Blauen Stunde. Hiram Bullock hatten wir ja schon mal. Hiram Bullock, den Gitarristen, Funk-Rock-Gitarrist. Und von ihm hören wir Window Shopping in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Doch es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die Blaue Stunde an einem grauen Tag. Hallo hier heute zum Thema Einsamkeit. Die Blaue Stunde. Hello, hello, hello. Von Ulrike zum Beispiel, der Ulrike Kapfer, die das hier immer spricht, weiß ich auch, dass sie gerne mit ihrem Hund spazieren geht. Mit ihrem Hund, mit dem süßen Hund. Ja, habe ich vor der Pause ja erzählt. Es gibt Leute, die gerne Haustiere haben. Und das ist jetzt auch etwas, worauf wir kommen können. Nämlich das Verständnis, das man braucht, um nicht einsam zu sein. Man kann nämlich auch aus der Entfernung sich nicht einsam fühlen. Oder man kann sich in einem anderen geborgen fühlen und dadurch die Einsamkeit mindern, die man manchmal zu stark empfindet. Dazu gehört Verständnis. Verständnis ist etwas ganz Wichtiges, finde ich. Die Gedanken, die man selbst hat, in anderen reflektiert zu sehen. Oder die Gefühle, die man hat, in anderen wiedererkennen zu können. Sodass man merkt, ich bin doch nicht alleine auf dieser ganzen Welt. Ich bin doch nicht einsam. Denn ich glaube, einsam ist man erst dann, wenn man das Gefühl hat, dass man das, was man erlebt, tatsächlich auch nur einzig und einzigartig erlebt. Und nicht andere es vielleicht schon mal erlebt haben. Das ist doch das Verbindendste, was es gibt. Dass man weiß, okay, ich bin hier nicht eine Einzelnummer, sondern das, was ich eigentlich hier für originär und einzigartig halte. Das ist Common Sense. Das gibt es in ganz vielen anderen Fällen auch. Zum Beispiel in Fällen von Krankheiten gibt es das. In einer ganz schlechten Form gibt es das, wenn man selbst an sich ein Symptom beobachtet. Und dann in der Einsamkeit, in der man diese Angst weiterspinnen kann, irgendwann den groben und großen Fehler macht, ins Internet zu gehen. Ob es andere gibt, die auch ähnliche Symptome haben. Und dann landet man bei NetDoktor oder irgendwelchen anderen Hinweisportalen, wo viel zu viele Menschen die gleichen Symptome haben. Aber zugleich auch die meisten dieser Menschen irgendwelche wirklich irren Geschichten daraus spinnen. Sodass man am Ende denkt, man hätte alle Krankheiten auf einmal und sich und seine Symptome zum Teufel wünscht, die man sich vorher vielleicht sogar nur eingebildet hat. Warum eigentlich hat man sie sich eingebildet? Vielleicht war man auch nur einsam und wollte den Zuspruch einer imaginären anderen Person, die sagt, es wird schon nichts Schlimmes sein. Alles wird gut. Das ist eine Form von Verständnissuche, die man auch eben nicht nur bei Tieren, oft bei seinem Gegenüber hat. Und das kann sprachliche Gründe haben, das kann aber auch emotionale Gründe haben. Bei sprachlichen Gründen finde ich es sehr schwer, sie zu überbrücken. Stellt euch nur mal vor, wie sich jemand fühlen muss, der aus einem fremden Land hier hinkommt und unsere Sprache nicht versteht. Der isoliert ist, weil er die Buchstaben nicht entziffern kann, den Fernseher anschaltet und nicht weiß, worüber die Zuschauer lachen oder worüber gesprochen wird in den Nachrichten. Der sich nicht nur, sondern eben auch seiner Umgebung komplett ausgeliefert ist. Dagegen hilft natürlich, dass man Sprachen lernen kann und schon recht bald weiß, was die Menschen um einen herum sprechen und was im Fernsehen und sonst wo auf der Straße auf den Plakaten steht. Aber das gleiche gibt es natürlich auch auf einer emotionalen Basis. Sitten, die man nicht versteht. Gebräuche oder Handhabungen, die man nicht begreifen kann. Auch das kann einen sehr schnell einsam machen und isolieren. Es gibt aber auch eine Form von Einsamkeit, die daraus entsteht, dass man sich chronisch missverstanden fühlt. Dass man eine Lebensphilosophie hat, Prinzipien, die man vielleicht für sich irgendwann entdeckt hat und einhält, die andere Menschen aber nicht achten. Und das ist, glaube ich, was besonders schwerwiegendes oder etwas, was man sehr, sehr schwer nur überstehen und überbrücken kann, weil es natürlich auch eine Innenreflexion erfordert. Warum habe ich diese Prinzipien? Woher kommen die? Aus meiner Erziehung, aus meinen Erfahrungen? Sind sie angeboren oder sind sie ein Schutzmechanismus, den ich mir angeeignet habe, um mich vor Verletzungen zu bewahren? Man weiß es nicht, aber jeder von euch wird das haben. Und dieser Bruch mit den eigenen Prinzipien, der dadurch entsteht, dass andere ein Gegenüber kommt und euch vielleicht in dem Moment nicht so versteht, wie ihr seid, der ist etwas, was man soziale Auseinandersetzung nennen kann. Eine soziale Auseinandersetzung, die immer erforderlich ist, wenn man mit Menschen zusammenlebt. Ähnlich wie bei den Beziehungen, von denen ich eben gesprochen habe. So wie man eine Beziehung aus meiner Sicht nicht matchen kann, so kann man eben auch nicht sich aussuchen, mit wem, wann, wann, wo, wie und weshalb zusammen ist und ob der das so erfüllt, wie man es von ihm erwartet. Zum Nicht-Einsam-Sein gehört also manchmal auch ein bisschen Flexibilität. Flexibilität, sich einlassen zu können auf das Gemeinsam-Sein. Das Gemeinsam-Sein kann genauso belastend sein, wie das Einsam-Sein. Und damit kommen wir an den Anfang zurück. Ich habe ja eben von Get the fuck out of my house gesprochen. Dem Gemeinsam-Sein von hundert Idioten, die sich in ein Haus einsperren lassen, um dann einen Preis zu gewinnen, weil sie es ausgehalten haben mit anderen. Aber gerade die Brücke zu diesem Thema zeigt nochmal, wie das Gemeinsam-Sein zu einer Belastung werden kann. Und wie es das genaue Gegenteil ist von dem, worüber wir heute sprechen, wenn wir über Einsamkeit nachdenken. Also beides. Das Gemeinsam-Sein, das den Lagerkoller erzeugt, zu viele Menschen auf zu engem Raum, die das tun, was sie wollen, ist genauso schlimm wie das Einsam-Sein. Nur mit sich zusammen irgendwo sein zu müssen, ohne dass man ein Gegenüber hat, das einen reflektiert oder einem irgendetwas wiedergibt. Und sei es nur eine anstrengende Eigenheit, an die man sich zu gewöhnen hat. Ja, in der Blauen Stunde sprechen wir heute über Einsamkeit. Und so schwer dieses Thema auch ist, so leicht, finde ich, kann man darüber nachdenken. War ja in den letzten Blauen Stunden oft so, da haben wir uns immer ein Thema vorgenommen und über dieses Thema gesprochen. Ich finde dieses Prinzip eigentlich mittlerweile ganz gut, weil ich auch mit meiner eigenen Einsamkeit hier vor dem Mikrofon besser umgehen kann. Ja, denn ich bin auch einsam, wenn ich hier bin. Das habe ich ja auch zu Anfang gesagt. Ich sitze hier in diesem Studio und habe nur eine imaginäre Verbindung zu euch. Ich kann gar nicht wissen und fühlen und erahnen, wie ihr das empfindet und fühlt, was ich sage. Ich kann es nur antizipieren. Ich kann nur voraussetzen, dass ihr wohlgesonnene, interessierte, offene Menschen seid und euch zeitversetzt mit mir irgendwann oder Raum und Ort versetzt mit mir auf einer Ebene treffen wollt. Und wenn das der Fall ist, umso besser. Das ist die blaue Stunde. Ein Treffen von imaginären Gestalten, die antizipieren. Meine Güte, ein Fremdwort-Battle hier. Ich muss vielleicht als Türke auch unter Beweis stellen, dass ich besonders gut Deutsch spreche. Wird jetzt die ein oder andere sagen. Kommen wir dann lieber zu einer Sprache, die anders ist, nämlich zu Italienisch. Ich bin noch hier großer Italien-Fan. Das wisst ihr, ich spiele immer italienische Musik. Giorgia hatten wir schon. Und ein großer Popstar in Italien ist Neck. Neck hat was von Sting. Sting spielt auch Bass und Neck spielt auch Bass. Neck singt auch wie Sting und Neck sieht auch aus wie Sting. Er ist ein bisschen der italienische Sting. Und Prima di Parlare, also bevor man spricht, sollte man wahrscheinlich nachdenken, will Neck uns damit sagen, ist das Lied, was wir heute von ihm hier in der Blauen Stunde hören. Prima di Parlare, Neck in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Stringimi, Stringimi, Prima di Parlare. Neck in der Blauen Stunde, heute zum Thema Einsamkeit. Ja, haben schon vieles durch, oder? Einige Aspekte, finde ich, die ja doch recht wichtig sind. So, für mich. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich frage das ja immer gerne, wo seid ihr gerade? Seid ihr zu Hause? Sonntag, Nachmittag ist ja so eine Zeit, in der man meistens ein bisschen nicht durchhängt. Aber einsam fühlt man sich sicher auch nicht. Man entspannt sich wahrscheinlich und ist schon so in der Vorbereitung auf den Tag danach. Und ja, deswegen frage ich, wie ist es da, wo du, sie, der, die das da gerade ist? Einsam oder alleine oder zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert? Keine Ahnung. Was kann man dagegen tun, ist eine gute Frage. Was kann man gegen Einsamkeit machen, sich beschäftigen? Das ist das Erste, wie ein Kind, das alleine in seinem Zimmer ist und mit Legosteinen was baut und in seine Einsamkeit sogar vertieft ist und das gar nicht als negativ empfindet. Einsamkeit, das fällt mir bei dieser Gelegenheit ein, ist natürlich auch etwas, was man innerhalb einer Familie empfinden kann als Kind, das keine Geschwister hat. Das ist eine Horrorvorstellung eigentlich für mich, obwohl ich selbst keine Kinder habe. Wie gesagt, bin ich sehr froh, dass meine Eltern Kinder hatten und haben, nämlich meine Geschwister. Und meine Geschwister, man muss sich immer erst ein bisschen an Geschwister gewöhnen, wenn man ein jüngeres Geschwisterchen bekommt. Die Älteren sind ja schon vorher da, deswegen gewöhnen die sich an einen, wenn man auf die Welt kommt. Aber wenn sie dann da sind, dann bringen sie einem wirklich elementare Dinge bei. All das, was ich euch beschrieben habe, die Auseinandersetzung mit einem anderen. Und im schlimmsten Fall, und das ist bei Geschwistern ja oft so, mit einem anderen, der einem sehr ähnlich ist. Das ist das Schlimmste an Geschwistern, die sind einem sehr ähnlich. Und die einzigen Personen, an die man sich wenden kann, um diese Streitereien, die dann manchmal entstehen, schlichten zu lassen, sind die Eltern. Und die Eltern versuchen ja oft unparteiisch zu sein und neutral. Und das bringt dann wiederum gar nichts. Also kann man seiner Schwester entweder nur an den Haaren ziehen oder irgendwelches Spielzeug sabotieren. Um sie richtig zu ärgern. Jedenfalls ist man dabei nicht einsam. Man ist auf eine ganz brutale Art und Weise mehrsam oder zweisam. Und man lernt dabei. Man lernt dabei, sich durchzusetzen, sich zu positionieren, sich zurückzunehmen, den anderen auszuhalten, sich auszuhalten. Doch sehr wichtige elementare Dinge. Das Kind, das alleine spielt und sich gar nicht einsam fühlt, das keine Geschwister braucht, das ist so eine sehr schöne Form davon, wie man Einsamkeit auch positiv umsetzen kann. Sich zu beschäftigen mit etwas, mit Hobbys, die man hat. Manche Leute gehen in den Keller und haben dort eine riesige Spielzeugeisenbahn aufgebaut. Und in ihrer Imagination sind sie nicht alleine. Da sind sie zusammen mit den kleinen Figuren auf diesem Spielzeugeisenbahnfeld. In ihrer Imagination sind sie mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, die sie sich nicht nur einbilden, sondern die sie vielleicht sogar in dem Moment spüren. Sich zu beschäftigen. Sich zu beschäftigen mit zunehmendem Alter ist eine Organisationsfrage und dafür gibt es sogar Organisationen, die das übernehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, es gibt viele Reiseunternehmer, die spezialisiert sind auf Alleinreisende und die extra Programme anbieten für Alleinreisende. Das sind ja zwei große Gesellschaftsgruppen, die sich da gegenüberstehen. Die Familienreisenden und die Alleinreisenden und dazwischen gibt es noch die Pärchenreisenden. Und diese Gruppierungen wollen meistens nicht miteinander kommunizieren, nichts miteinander zu tun haben. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ja so Clubreisen. Und es gibt Clubs, die dafür gemacht sind und die dazu ausgerichtet sind, nur Alleinreisende zu empfangen. Und es gibt Clubs, die für Familien gemacht sind. Gibt es ein Problem? Ich gucke gerade. Irgendwie höre ich hier so einen Klick-Klick-Klick-Ton im Mikro. Weißt du, was es ist? Ist das der Tisch? Ah, ich weiß, was es ist. Hier, jetzt ist der Bildschirm. Und dieses Ding hier, das klopft dagegen. Ah, ich habe die ganze Zeit das auf Parallele kommen. Du hast ihn gerade gesehen, ich habe auch immer geguckt. Gut, dass ich doch nicht alleine bin und der Jürgen da ist. Nee, brauchst du doch nicht mal rauszuschneiden, ist doch gut. Das ist gut, ne? Also wenn ich jetzt alleine wäre, dann hätte ich die ganze Zeit überlegt, woher kommt das? Und keiner wäre da gewesen, der mir hilft, das wegzumachen. Und jetzt, Gott sei Dank, habe ich gelogen. Jürgen ist nämlich im Studio. Jürgen, der Redakteur, der hier dann auch mal die Technik fährt, während ich die Sendung aufnehme, hat sofort das Problem erkannt und behoben. Diese Clubs, von denen ich erzählt habe, die sind ausgerichtet auf Alleinreisende, auf Familien oder eben auf Pärchen. Und ja, da sieht man auch, dass es da ganze Industrien gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie sie Menschen vor dem bewahren können, was wahrscheinlich die Gefahr ist in einem solchen Urlaub. Dass man sich nicht nur alleine fühlt und das genießt, dass man alleine sein kann, sondern dass man irgendwann denkt, ich hänge hier einsam auf einer wunderschönen Insel ab. Wie schön wäre es doch, wenn ich jetzt jemanden hätte, mit dem ich mich unterhalten könnte, ein Gläschen Wein trinken könnte oder was auch immer. Wart ihr schon mal alleine im Urlaub? Ganz alleine? Ich meine, habt ihr mal alleine auch, seid ihr mal ins Kino gegangen alleine? Oder wart ihr mal alleine essen? Das kann ja sehr schön sein. Alleine Urlaub ist hart. Also wirklich alleine komplett in Urlaub fahren ist hart, weil man muss da schon irgendwie ein Konzept haben. Einfach so, obwohl es gibt Menschen, die machen das ihr ganzes Leben lang. Vielleicht habe ich auch viel zu selten in meinem Leben alleine Urlaub gemacht. Also irgendwie muss es ja möglich sein und irgendwie sehen diese Menschen für mich jetzt auch nicht todunglücklich aus. Ich kenne einige, die sehr gerne alleine in den Urlaub fahren, weil sie dann auch viel mehr andere Menschen kennenlernen. Vielleicht ist das ein logischer Rückschluss, den man daraus ziehen kann, dass man manchmal auch, wenn man eben zusammen mit seinem Partner oder seiner Partnerin in den Urlaub fährt, nicht neue Leute kennenlernt, weil man sich als Partner, als Paar isoliert von den anderen, die man kennenlernen könnte. Sackgasse, sage ich dazu nur. Sackgasse. Da sind wir schon wieder gelandet beim Thema Einsamkeit in der blauen Stunde. Spoon Pink Up. Habe ich das ausgesucht? Kann das sein? Kann sein. Spoon Pink Up. Habe ich in irgendeiner einsamen Stunde ausgesucht. Ich mache immer so Musiklisten zu Hause und notiere mir dann, welche Musik ich hier spielen will. Bei Spoon weiß ich aber gar nicht mehr, warum ich die spielen wollte. Wenn ich es jetzt gleich höre, fällt es mir bestimmt ein und dann sage ich es euch nach dem Titel. Hier kommt Spoon Pink Up in der blauen Stunde, Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Blaue Stunde, heute zum Thema Einsamkeit. Ich habe gerade überlegt, es gibt doch auch Sportarten oder Hobbys, die man eigentlich lieber mit anderen macht, oder? Also ich persönlich bin eher der Mannschaftssporttyp. Ich mag gerne Fußball spielen, zusammen mit anderen, drauf achten, was der andere macht, bereit sein, wenn der andere was macht, als alleine. Also Tennis zum Beispiel, das spiele ich auch gerne, aber das ist ein bisschen einsam. Auf der einen Seite des Netzes zu stehen, man spielt natürlich mit einem anderen zusammen, man ist ja nicht ganz alleine. Aber trotzdem ist es schöner so mit anderen Leuten, ich finde es jedenfalls. Und das ist auch was sehr Soziales, dass man innerhalb einer Mannschaft ein Gefüge hat, dass man eine Dynamik hat, dass man Phasen hat, in denen es der Kollektiv der ganzen Mannschaft nicht gut geht und sie einbricht oder einen Hänger hat und dann wieder eine Euphorie und dann wieder einen Drang hat, gewinnen zu wollen. Das ist, finde ich, ein schönes Mysterium, dieses Gemeinsamseins. Auch übrigens eine Lösungsmöglichkeit, Sport machen, mit anderen zusammen eingebettet zu sein in eine Gruppe, sich in der Gruppe als Teil der Gruppe zu spüren, was ich sehr, sehr schön finde. Und das ist bei allen Mannschaftssportarten so. Volleyball oder Handball oder Basketball oder was auch immer, Mannschaftssportart entnehmen. Einsam finde ich zum Beispiel Rennfahrer, Autorennfahrer, der nur in seinem Auto sitzt und Gas gibt. Und gut, er muss sich auch mit anderen arrangieren, die auch in Autos sitzen und Gas geben. Aber irgendwie isoliert, finde ich, irgendwie isoliert. Das ist eine Lösung, Sport machen, also Lego, Häuser bauen oder Sport machen, haben wir schon zwei Sachen, um konstruktiv zu sein in der Blauen Stunde zum Thema Einsamkeit. Musik machen oder überhaupt Kunst mit anderen Leuten zu machen, ist auch schön. Theater zu spielen, Menschen zu haben, die mit einem zusammen auf der Bühne stehen und auf die man auch Rücksicht nehmen muss, auf die man achten muss. Rücksicht ist sowieso das Erste, was auftritt, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, das, was man braucht, um mit anderen Menschen auszukommen. Und gerade in solchen Situationen, wenn man Theater spielt, wenn man sich künstlerisch betätigt, mit anderen zusammen ist, Rücksicht ist ein elementares Ding. Man kann dem anderen nicht ins Wort fallen, wenn er gerade seinen Text spricht oder man kann ihm nicht in die Quere kommen, wenn er gerade seinen Gang geht. Man muss eine gewisse Form von organisatorischem Geschick aufbringen, um das auch wirklich zu können. Das ist aber schön, das fühlt sich gut an. Es gibt auch Momente von Gemeinsamkeit, von kollektiv gemeinsamem Gefühl, die ich dann wiederum fast beängstigend finde. Also Massenphänomene, ein Fußballstadion, in dem 50.000 Menschen gleichzeitig brüllen, Tor oder in dem Menschen gleichzeitig Empfindungen haben, die sogar fast deckungsgleich sind. Wut über den verpassten Torschuss oder Hoffnung darauf, dass der Elfmeter ins Netz geht. Das sind manchmal so kollektive Momente, Gemeinsamkeitsmomente, die was Erschreckendes haben und die fast schon am Übergang zur Unberechenbarkeit des Gemeinsamen sind. Es gibt ein Buch von Gustave Leban, die Psychologie der Massen. Das ist so vor vergangenes Jahrhundert irgendwann geschrieben worden, was Grundlage war für vieles, was danach gekommen ist. Für Diktaturen, für Ideologien, die auf Massenphänomene aufbauen. Und Josef Goebbels, der Reichspropagandaminister, Hitlers Adlatus, der hat viel über dieses Thema gewusst und auch genau gewusst, wie er es einzusetzen hat, um eben die Massen zu manipulieren. Das war ein Hauptziel der Nazis, die Massen manipulieren zu können durch Gleichschaltung. Eine Vision, die auch in 1984 von George Orwell auf eine sehr erschreckende Art und Weise geschildert wird. Das Massenphänomen, das mit anderen zusammen sein. Im Kleinen ist das wieder schön. Im Kleinen, wenn man mit anderen zum Beispiel Musik macht, in einer Band ist, Rücksicht nehmen muss auf den Schlagzeuger, ein gemeinsames Timing, ein gemeinsames Rhythmus haben muss und Akkorde und Harmonien spielt, die zueinander zu passen haben, dann ist das etwas sehr Schönes und kann einen befreien vor der Angst, vor Einsamkeit und Isolation. Aber es ist eben eine Gratwanderung. Ab wann wird es gefährlich? Ab wann wird es unheimlich? Ab wann wird es so, dass man es nicht mehr kontrollieren kann? Kennt ihr diese Bilder von der Sekte aus Korea, der Moon-Sekte? Oder ich glaube, es ist sogar noch eine andere Sekte, die so kollektive Massenhochzeiten veranstaltet, wo dann auf einmal wie viele tausend Menschen heiraten? Das sieht wirklich spooky aus, oder? Das müsst ihr euch mal anschauen im Internet, wenn ihr wieder vereinsamt und isoliert seid. Es gibt auch Sekten, in Südamerika gab es mal eine, die kollektiven Selbstmord begehen, weil sie denken, es käme der Tag X, an dem irgendetwas Schlimmes passiert und präventiv bringen sie sich alle um. Meistens angeleitet von jemandem, der das Predigt oder diese Ideologie vorbereitet hat. Auch erschreckend, unheimlich. Das Gegenteil von Einsamkeit ist, sich aufzulösen, ein Nichts zu werden in der Masse. Oder ein schlimmes Gegenteil von Einsamkeit. Tja, Musik machen. Auch das, wie gesagt, eine Lösung. Musik machen. Was haben wir jetzt? Lego, Urlaub, Musik, Fußball, Sport, ist doch schon einiges. Und Liebe. Am Ende kommt immer die Liebe. Das Zusammensein mit jemand anderem. Das Gegenteil von dem, was man spürt, wenn man Liebeskummer hat. Nämlich das in einer Liebesbeziehung aufgehen und zu einem werden, zu eins werden. Das, was einem wehtut, nämlich der andere Teil, der einem fehlt, wenn der andere Mensch einen verlassen hat, ist das, was einem so viel Spaß macht, wenn es da ist. Das Gemeinsamsein, das Verschmelzen dieser beiden Individuen zu einem neuen. Im günstigsten Fall entsteht daraus ein Baby. Es wird wirklich ein neues Individuum. Im etwas ungünstigeren Fall hat man halt eine gute Partnerschaft. Eine gute Partnerschaft. Was ist das schon? Dass man sich innerhalb der Partnerschaft geborgen, aufgehoben, angekommen fühlt und selten einsam ist. Dass man, auch wenn der andere nicht da ist, sich seiner gewiss sein kann. Dass dieses Gefühl der Einsamkeit niemals vielleicht sogar entsteht und wenn es entsteht, dann einen Grund hat, der einen weiterbringt und einen zum Nachdenken führt. Ja, das kann alles sein. Die blaue Stunde, Amen. Die blaue Messe, Amen. Ja, blaue Messe. Ah, guck mal, was hat sich denn da schon wieder eröffnet? Da öffnet sich ein ganz großes Portal in einen Raum, der sehr hoch ist. In eine Kirche. Auch die Kirche ist nichts anderes als die Rettung vor Einsamkeit und Angst. Jede Form von Religion eigentlich, oder? Jede Form von Religion, die einem sagt, es gibt einen, der passt auf dich auf. Ja, also, wie nennt man die? Theistische Religion. Also Religion, die an einen Gott, monotheistische, die an einen Gott glauben. Ja, monotheistisch, glaube ich. Gott bewahrt einen also auch mal wieder vor Einsamkeit. Gott bewahrt einen ja sowieso vor vielen Dingen. Gott hat so seine bösen Seiten auch. Wenn er einem Schuld vorwirft und droht und sagt, dafür, dass du das nicht getan hast, was ich dir gesagt habe, kommst du in die Hölle. Oder könntest in die Hölle kommen. Ein Mittel, mit dem man arbeitet, mit dem man in Religionen oft arbeitet, ist Angsterzeugung. Was sagt mein Handy? Nächster Termin. Was sagt der Nächster Termin? Mein Handy zum Beispiel bewahrt mich auch vor Einsamkeit. Es sagt mir, ich bin da. Ja, wenn du einen Termin vergisst, dann erinnere ich dich dran. Es ist egal, ob das Handy dabei einen Körper hat, ob es manchmal riecht oder Ausdünstungen hat. Es ist ein Handy, es ist ein Wesen, ein rechteckiges Wesen, was eben da ist. Vielleicht sogar vergleichbar mit Gott. Vielleicht ist mein Gott mein Smartphone. Ich würde sagen, ja, mein Gott ist mein Smartphone. Dingbar. Ja, also ich kann es anfassen. Es ist nicht abstrakt. Es ist immer da, wenn ich es brauche. Es klingelt, wenn jemand mich sprechen will. Es droht mir manchmal auch. Akku leer, schnell aufladen. Es ist auch manchmal moralisch und manchmal ist es auch verwerflich, wenn sie mir sagt, komm, geh ins Internet und dann auf eine Pornoseite. Mein Handy ist mein Gott. Das ist eine schöne Erkenntnis, die wir fast, fast am Ende der blauen Stunde haben. Noch haben wir ein bisschen Zeit und ich bin sicher, wir werden noch auf den ein oder anderen fruchtbaren Gedanken kommen. Nickelback ist eine Band, die wird von vielen sehr gehasst. Nickelback. Deren Sänger, wie hieß der nochmal, Chad Kruger, Chad Kruger mit Avril Lavigne zusammen war. Chad Kruger hat so ein Gesicht wie ein Fuß, der sieht aus wie ein Fuß. Und Chad Kruger und Nickelback ist eine Band, die hart klingt, aber im Grunde genommen schmusig weich ist. Ja, For the River, Nickelback in der blauen Stunde, hier am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Das war Nickelback. Jürgen sagte gerade, immer wenn irgendwo ein Nickelback-Titel läuft, stirbt eine Katze auf dieser Welt. Stimmt, stimmt irgendwie. Wobei, das ist ein guter Titel, For the River, vom letzten Album sehr erfolgreich. Hat wirklich Druck, ist gut produziert, die Gitarren sind fett, Alter. Und ja, kann man ja auch mal machen, ist ja nicht schlimm, oder? Einsamkeit. Am Ende der blauen Stunde heute, der zwei blauen Stunden, die wir darüber gesprochen haben, sprechen wir noch ein bisschen drüber. Nämlich über die Einsamkeit und die Verzweiflung, die aus der Einsamkeit manchmal entsteht. Und geradewegs in den Tod führt, in den Selbstmord. Es gibt viele Menschen, die aus Einsamkeit verzweifelt sind und keine andere Lösung wissen, als sich umzubringen. Und das ist, ja, das ist mehr als traurig und erschreckend, dass wir immer noch, ja, immer noch viel zu viele Lücken, würde ich es jetzt mal nennen, in unseren sozialen Auffangsystemen haben, ob es die institutionellen oder die gesellschaftlichen sind, dass das alles passieren muss. Manches lässt sich sicher nicht vermeiden, manches ist vielleicht sogar pathologisch und kann nur therapiert werden. Aber viele Dinge, die passieren auch, ohne dass wir auf sie aufmerksam werden, an uns vorbei. Und damit landen wir eigentlich wieder am Anfang, an der Geschichte, die ich euch erzählt habe, vom Rentner, der einen Zettel aufhängt im Supermarkt. Wie viele Menschen gibt es, die in ihren Wohnungen sitzen und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit, mit ihrer Lebenszeit anfangen sollen. Das klingt ein bisschen pessimistisch, soll aber nichts anderes sein, als ein Aufruf dazu, die Augen und die Ohren zu öffnen. Das, was einem meistens viel zu spät einfällt, wenn Menschen dann schon vielleicht gestorben sind oder sich das Leben genommen haben. Ich hatte sowas mal, einen Bekannten, einen guten Freund, der recht jung war und sich das Leben genommen hat. Und viele aus meinem Bekanntenkreis haben sich danach gefragt, warum uns das eigentlich nie aufgefallen ist. Und auch wenn es einem nicht auffallen kann manchmal, gab es doch Hinweise darauf. Und genau diese Hinweise übersieht man dann oft in solchen Momenten. Und es ist erschreckend und manchmal auch ernüchternd, dass das gerade in unserer Zeit heute immer noch passiert. Ja, Einsamkeit. Einsamkeit und die Folgen der Einsamkeit, die Möglichkeiten, wie man Einsamkeit überwinden kann. Mechanismen, Systeme, Pläne und Taktiken, die man manchmal braucht, um nicht zu tief in dieses Einsamkeitsloch zu fallen. Das heute bei Shakespeare angefangen hat und über Nickelback hin bis zu Legosteinen führte. In den nächsten Tagen, beziehungsweise jetzt gerade, ist ja auch etwas, was kollektiv vor Einsamkeit bewahren soll, nämlich Karneval. Karneval ist eigentlich für mich eher eine gelebte Depression in der Gemeinsamkeit mit anderen Depressiven. Aber Karneval ist auch für viele Menschen ein Anlass, lustig zu sein in einer Zeit, in der man sich manchmal gar nicht so lustig fühlt. In dieser späten Winterzeit, in der es oft grau, dunkel, kalt ist, sich mit anderen zu treffen, was zu trinken, lustige Lieder zu singen, zu schunkeln, sich zu verkleiden und einfach eine schöne Zeit zu haben. Und deswegen hat auch das seine Berechtigung. Ist das auch vielleicht ein wichtiger Faktor, den man braucht, um das, was wir Einsamkeit heute nannten und dieses Gefühl, was wir versucht haben zu definieren, in irgendeiner Form positiv umzusetzen und zu überwinden. Karneval, der tobt. Und ihr wisst, Karneval bin ich immer auf der Flucht. Da bin ich nämlich gerne alleine und manchmal sogar gerne einsam. Halte mich in karnevalsfreien Gebieten auf. Hier rund um Berlin gibt es keinen Karneval. Es gibt so ein bisschen Karneval schon mittlerweile in Berlin. Gibt, glaube ich, am Rosenmontag auch einen importierten Karnevalszug von Exil-Rheinländern. Aber grundsätzlich ist das hier eine karnevalsfreie Zone. Ja, ganz im Gegensatz zum Rheinland. Da tobt der Mob. Da tanzt, da steppt der Bär. Das hatte ich mir sowieso mal vorgenommen, jetzt für die nächsten Wochen, diese ganzen Allegorien mal richtig auszuarbeiten. Dann tobt der Mob, tanzt der Bär, ist der Hund begraben. Was gibt es da noch? Naja, schreibt es mir einfach. Ihr seid doch so klug, könnt ihr mir einfach schreiben. Marlene Dietrich Allee, 20 in 14482. Heute der Blauen Stunde zum Thema Einsamkeit. Haben wir eigentlich auch ganz gut durchbekommen. Die zwei Stunden gehen immer ruckzuck vorbei. Wenn ihr aber Gedanken dazu habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Korrekturen habt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann schreibt es mir einfach. Und was mache ich? Was mache ich eigentlich in den nächsten Wochen? Was mache ich? Was habe ich vor? Lass mal überlegen. Ich werde wieder hier im Studio sitzen und nette Gäste haben. Ganz viele. Ab und zu kommt nämlich mal jemand hier hin. Der verirrt sich dann hier in diese Höhle. Und dann fühle ich mich gar nicht so. Einsam schon gar nicht. Und verlassen manchmal. Aber dann unterhalte ich mich mit den Gästen. Und das macht immer großen Spaß. In der letzten Woche hatten wir ja einen hochgradig interessanten Gast, Gästin da. In den nächsten Wochen wird es nicht weniger interessant werden. Deswegen hoffe ich, dass ihr dranbleibt an der Blauen Stunde. Haben wir denn eigentlich erwähnt, dass es ein permanent andauerndes Plebizid gibt zur Fortführung dieser Sendung? Weiter, wenn ihr wollt, dass es weiter geht, aufhören, wenn ich unbedingt aufhören soll. Und dass ich mich auf jeden Fall daran halten werde und den Löffel, nicht nur den Löffel, sondern auch das Mikrofon abgebe, wenn es euch nicht passen sollte. Ist das nicht ein nettes Angebot, euch wieder in eure Einsamkeit zu entlassen? Ich glaube ja, oder? Ein netteres Angebot kommt auch nicht mehr. Es sei denn, ihr geht in den Kegelverein und sucht euch da jemanden, der sich zwei Stunden lang mit euch über Einsamkeit unterhält. Ist in einem Kegelverein eher unwahrscheinlich. In einem Fußballverein? Im Boxring? Nee, da auch nicht. Mit einer Band? Da müsste man schon Lieder zu dem Thema schreiben. Und in einem Haus, zusammen mit 100 anderen, da wird man euch nur sagen, get the fuck out of my house. Ja, das sind die Alternativen. Die blaue Stunde, und das sage nicht nur ich, sondern auch die Kanzlerin, ist alternativlos. Ja, das ist eine Erkenntnis, die wir am Ende der heutigen zwei Stunden haben. Habe ich noch was Musik für euch? Ich glaube, ich habe sogar noch was Musik für euch. Einen jungen DJ aus Köln, Roosevelt, der auch sehr erfolgreich ist. Heute haben wir nur erfolgreiche Künstler, bis auf die ersten, die ich gespielt habe. Und der so ein bisschen 80er klingt. Ich finde, das ist so ein bisschen Retro-Style. Na, 80er, 90er kann ich nicht genau unterscheiden. Aber so eben aus einer vergangenen Zeit klingt. Ja, Roosevelt, wait up, ist das, was wir zuletzt in der blauen Stunde hören. Und wenn ihr Lust habt, dann geht doch jetzt raus und umarmt einen Baum. Umarmt doch einen Baum und freut euch, dass der Baum euch nicht im Stich lässt, wenn ihr ihn braucht. Denn auch das ist eine Form von überwundener Einsamkeit, dass man sich nicht nur mit Leuten und Lebewesen beschäftigt, sondern manchmal auch mit leblosen Gegenständen sich beschäftigen kann. Ja, einem Baum oder einem Stück Holz oder einem Schuh. Aber der Schuh wird mich dann wiederum zu sehr an Chad Kruger erinnern. Deswegen, ich mache schnell Schluss. Wir hören uns ja nächste Woche wieder. Die Blaue Stunde kommt immer sonntags zwischen 16 und 18 Uhr. Bis dann, macht's gut und fühlt euch nicht zu einsam. Ciao. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu 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 Mit Serdar Somuncu